hellöchen leute und ja wir kommen zu experten namen fünf von neun und wo wäre es natürlich am besten zum starten entweder bei magietürm hier oben aber da würde ich eher abraten ich würde direkt bei den helden starten da habt ihr am ende nicht mal das problem mit den helden es sei ihr nehmt den hexer oder aber machen wir es einfach mal mit den helden hier und dadurch ich vermute ich weiß es nicht mehr dass sie bomben sind und mal die unverwundbarkeit hier hin ja bomben sind da den schneechen noch aufheben für gleich ein bisschen gucken wo sich die hinsicht aufteilen und dann das haar so aus als wenn die nach da gehen war natürlich falsch aber da haben die die türmischung auch gewahrt war doch richtig ja und dann müsst ihr halt in den schnee sturm setzen damit er es sozusagen damit ihr nämlich nicht zu viel schaden von den türmen reinkriegt und nicht zu viel koma von den magietürmen ja das ist ja das was ihr eben nicht wollt und ja also sieht schon nach locker drei flammen aus auch wenn zwischendurch mal so halt der droide da jetzt noch hoch und aber naja hat er ja aber dafür ist ja die sanierung darf heiz das sein hätten die ausreichen sollte vom droiden eine alternative natürlich auch und sogar noch der gargäule weil er auch noch damage steht aber auch noch schaden macht hier heilung hat und er ist noch koma immun das ist natürlich das richtig gute bei ihm und ja das war's auch fürs video und tschüss ja 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 Vielen Dank.